hallo christoph so eine wunderschöne gute morgen lieber dass dann herzlich willkommen zum market roundup kb 35 was ganz immer 36 35 bin gerade gar nicht mehr ganz offen auf stand geht schnell geht schnell ich habe es heute falsch deswegen ja genau wir sind auch in der letzten woche das stimmt dass das zumindest was das datum hier betrifft beginnt deswegen direkt mal weiter in das was uns heute erwartet ja wir können sagen wir hatten erholung letzte woche wir gucken gleich mal in die charts rein erholung getrieben durch was erholung getrieben durch schlecht us-arbeitsmarkt daten könnte man so sagen zumindest gab es nicht mehr so viele jobs wie man gedacht hätte in der vergangenheit oder monaten wurde auch einiges revidiert und dementsprechend sieht man so eine leicht schwächelnde wirtschaft auch das haben die anleihenrenditen so ein bisschen gezeigt sowohl in den usa als auch hier in europa und ja das zeigt alles so ein bisschen dass die wirtschaft doch mehr unter druck gerät als man so die letzten wochen vielleicht gedacht hätte und dementsprechend man mit stabileren zinsen rechnen kann also weniger zinserhöhung die im raum stehen erholung meinst du die märkte haben sich erholt aber auch die wirtschaft hat sie jetzt gerade nicht erholt sondern auch genau erholung der märkte durch schlechte arbeitsmarkt dann so wie es in der letzten zeit so üblich ist also beständige zinsen und das freut uns letztendlich inflation ist trotzdem hartnäckig sowohl in europa als auch in den usa auch das sehen wir gleich noch mal im chartbild und ja wer klickt noch mal auf die quartalszahlen die letzten quartalszahlen auch hier gab es einige indikation ich habe letzte woche auch schon schieben schwächelnde wirtschaftliche schwächephase das ist diese woche immer noch eigentlich ähnlich geblieben werden teilweise unternehmen dienen so mehr oder weniger jetzt in die insolvenzen rutschen während anderer gute positive kooperation schließen schauen wir uns gleich noch mal an und wir werfen heute den blick auf hapac leute und werfen mal hier auf den blick auf unsere hamburgern zumindest das was wir in hamburg hier ganz oft als rederei zu sehen bekommen was geht's wir starten mit einem blick auf den dax und ihr kennt ja dieses chartbild wir ziehen jetzt mal den einen weiter von der letzten woche auf ja von der vorletzten woche auf die letzte woche und hier sehen wir dass wir so jetzt bin mir noch eine zu wenig weiter ziehen hier in der woche sehen wir werden von dieser woche aus einem positiven positiven verlauf und jetzt noch mal bis zumindest zum mitte der woche und haben dann die woche auch positiv abgeschlossen bevor es jetzt mit dem start dieser woche so ein bisschen bergab ging also die trader unter euch wissen dass heute geht es zumindest so mal einen halben prozent ungefähr nach unten hier unten ist der ticker ungefähr live und ja was ist eigentlich so in der letzten woche passiert es ist das was ich gerade eben angesprochen habe wir haben schlechtere inflationsdaten bekommen als wir vielleicht gedacht hatten die energiepreise waren noch ein bisschen höher insbesondere im euro raum und damit ist die inflation nicht zurückgekommen aber die kerninflation ist ein stück zurückgekommen die ist ja aktuell auch ein bisschen wichtiger kerninflation noch mal so ein bisschen um sich das ins gedächtnis zu rufen ist ja die inflation ohne die ganzen volatilen quasi und die ganzen volatilen inflationsträger dementsprechend halt immer so nahrungsmittel ausgenommen energiepreise ausgenommen und wichtiger ist da immer die kerninflation die hat sich ganz solide entwickelt und deswegen rechnet man jetzt aktuell auch hier damit dass es erstmal keinen zinsschritt vielleicht der ezb geben könnte und wir so eine gewisse beständigkeit rücken und ja das sehen wir auch so ein bisschen halt am chart bild dass es wieder ein stück nach oben gekommen ist wir sind noch was entfernt von ja den hochs sehen wir hier im august gesehen haben und teilweise auch im juli also immer noch so eine ganze ecke von diesen 16.500 punkten entfernt aber wir nähern uns wieder an auch wenn es diese woche ja wieder eine ecke nach unten geht kann man so sagen wenn wir mit dem blick auf den s&p 500 blicken und auch hier einmal die linie reinholen der woche wie gesagt hier wieder die vom 21 august man sieht das momentum nach oben dann hier die von der letzten woche vom 28 august das momentum deutlich nach oben gestern war feiertag das heißt keine kerze hier vom letzten montag aber hier war es noch deutlicher zu sehen wir hatten wie gesagt ois arbeitsmarkt zahlen die schlechter waren als man gedacht hat insbesondere halte die aus den letzten monaten dort wurden die zahlen nach unten korrigiert das heißt es gab weniger neue jobs wir hatten einen kleinen sprung in den arbeitslos arbeitslosen zahlen kommt jetzt nicht unbedingt durch massen entlastungen sondern eher durch andere sondereffekte aber grundsätzlich sehen wir halt dass der arbeitsmarkt sich so ein bisschen verschlechtert die konjunkturdaten verschlechtert sich ein bisschen eigentlich eher ein schlechtes zeichen für märkte kann man so sagen aber das ist am anfang angesprochen aktuell ist alles positiv was auf stabile beziehungsweise nicht weiter steigende zinsen hindeutet und positiv muss man ja auch sagen also wenn ihr sagt okay die märkte erholen sich wieder dann geht man davon aus dass es davor bergab ging und ja es ging bergab zum beispiel jetzt ein bisschen von 4,6 irgendwie runter auf 4,3 jetzt stehen wir schon ja nicht so viel weit weg vom allzeithoch das heißt es ist ja jetzt nicht so dass das die märkte komplett irgendwie ja auch im dax ja auch beim bei nicht weiter hoch dass die märkte komplett irgendwie abgerauscht sind und wir irgendwie ganz schlimme phasen hat marktphasen haben sondern wir reden ja aktuell von korrekturen auf sehr sehr hohem niveau und das ist ja alles jetzt nichts wo man sagt okay die märkte sind irgendwie am boden und wir sehen schon dass in den märkten was ich vielleicht wirtschaftlich anbahnt das aber die trotzdem die frage so gleicht jetzt bisschen aus die zinsen werden vielleicht verhalten sich stabil oder usa vielleicht sogar schon irgendwann wieder mal ein bisschen gesenkt weiß man jetzt natürlich noch nicht aber solange es austariert ist ja erstmal den märkten noch nicht viel passiert genau genau wir hatten ich sag jetzt habe es ja letztes mal schon angedeutet in den wochen in denen du im urlaub warst harte investoren wochen kann man so sagen aber natürlich immer alles relativ gesehen wir kommen natürlich von deutlich tieferen tiefs wenn wir hier in den oktober letztes jahr blicken oder auch natürlich so in den märz tiefs rein wir hatten natürlich nicht mehr das niveau von zwei zeilen zahlen erreicht oder was diesen ganzen real ist die wir hier gesehen haben aber wir nähern uns dem ganzen an und ich habe gerade eben diese diese v-bewegung ja eingezeichnet das ist nämlich genau das was du angesprochen hast wir kommen natürlich von einer deutlichen erholung sind wieder ein bisschen nach unten gekommen bewegen uns jetzt aber auch schon deutlich wieder in die richtige richtung und das wird natürlich extremer umso zinssensibler wir uns die indizes angucken jetzt auf den nestig 100 blicken der immer so mit an zinssensibelsten ist da sehen wir das natürlich noch mal deutlicher auf der oberseite haben wir hier diese hochs vom 21er zeitraum und danach diese deutliche bewegung hier die sehr positiv war und jetzt gerade wieder diese zacken bewegung und das sehen wir halt auch sehr stark wenn wir wirklich in die woche rein blicken dass wir hier immer wenn diese entscheidungen in richtung inflation und in richtung zinsen oder neuigkeiten kommen dann sehen wir ja dass sich der merkt ganz deutlich was tut und wir sehen es auch insbesondere wenn wir halt auf den dow jones blicken da können wir uns ja auch noch mal ganz kurz reinholen weil der hat immer genau das gegenteilige momentum fast könnte man sagen nicht ganz extrem natürlich im gesamten markt auch hier so eine positive bewegung aber es hat nicht nach oben gekommen während die anderen beiden ihn deutlich nach quasi outperformed haben ist der dow jones nicht so in die höhe geschossen weil er halt mehr auf die wirkliche wirtschaftslage achtet und weniger auf die aktuelle aktuelle zinsniveau ist eigentlich eine ganz spannende bewegung in dem man hier so aktuell sehen kann ja auch noch ein kurzer blick nach asien wir starten mal mit dem mit dem hang seng weil auch der hatte mal ja wieder kann man sagen den versuch eines etwas positiveren momentums also auch hier wenn wir uns mal die linie einzeichnen wo wir in der letzten woche gestartet sind dann sehen wir hier ist der 28 und wir hatten am 28 schon so ein positives momentum nach oben was ist eigentlich was passiert da ja es gibt hoffnung dass es zumindest wieder besser wird diese einkaufsmanager indice die rausgekommen sind sind zwar immer noch negativ also unterhalb dieser 50er marke die eigentlich diesen positiven umschwung nach oben zeigt aber sie sind in der positiven richtung man nähert sich der 50 also immer mehr mehr an und hofft eigentlich dass man halt darüber jetzt so ein positives momentum kreieren kann es soll weitere maßnahmen geben man hat also mit wieder versucht so die das positive momentum hier anzudeuten und die positiven entwicklungen anzudeuten problem ist der dienstleistungssektor das ist ja eigentlich so der sektor der sehr stark auch so eine wirtschaftliche erholung treibt der hat weiter eigentlich an schwung verloren und das sieht man auch hier in den letzten bewegungen dass das ja auch dann doch deutlich mit eingepreist wurde nikkei das ganze spiel kennt ihr wir sind hier oben weiter in dieser ja relativ beständigen seitwärtsbewegung kann man sagen techniker würde sagen eine ganz klassische bullenflagge genau als bewegung konsolidierung flage geht nach oben weiter so kann man es auch gut sagen genau also der nikkei hat sich ja öfter mal in diesen phasen befunden und wir kennen das aus der vergangenheit das kann sich über eine ganze zeit lang ziehen gerade halt wie gesagt positiv getrieben durch den schwachen yen da freuen sich die exportunternehmen gerade die wieder gut bedienen können in insbesondere weil es der japanischen wirtschaft verhältnismäßig gut geht ja und es hat die frage ob man irgendwann wieder wie du schon sagst weiter nach positiv nach oben ausbricht oder ob sich wieder konsolidiert hängt natürlich auch in japan sehr stark an der aktuellen zinspolitik genau und vielleicht kriegt man dann den toyota als e auto die man ist ein bisschen günstiger weiß ich nicht alles möglich also wir haben ja in asien diese ganzen ja senkungen gesehen ich muss sagen diese woche haben wir ja ja das heißt immer wichtig für die deutsche wirtschaft um sich auch mal wieder zu präsentieren um die neuigkeiten zu präsentieren man hat in den letzten wochen schon ein bisschen was vorbereitet kann man sagen immer wieder neue ad hoc meldungen rausbekommen verw will immer effizienter werden byd jetzt zum ersten mal auf der ea und präsentiert sich dort also kommen die großen mehr oder weniger zusammen und buhlen so ein bisschen eigentlich auch immer wichtig ja für die gesamtdeutsche wirtschaft weil wir ja doch sehr automobil geprägt sind kann man sagen das so zu den indizes der letzten woche ich gehe mal weiter und wir werfen einen blick auf der hat die quartalszahlen auch da habe ich sie angekündigt werden wieder positive und negative zahlen immer noch resultierend aus der wirtschaft das sind auch so die letzten zahlen wahrscheinlich genau es ist ab so langsam ab kann man sagen aber es passiert ja ziemlich viel und das ist das was ich ein bisschen versucht habe zu so eine indikation zu geben ist passiert ziemlich viel gerade auf dem was rechts und links an der top entteilungen rauskommt und was rechts und links hat auch erzählt wird von den unternehmen sind nicht immer nur quartalszahlen das sieht man auch hier so ein bisschen shopify hatte schon quartalszahlen vorgelegt hat aber jetzt gesagt sie verknüpfen quasi ihr ökosystem mit amazons ökosystem und wer shopify nicht nicht kennt grundsätzlich kann man sagen ist es eigentlich eine plattform für für ja handelsunternehmen für internet e commerce unternehmen kann man einfach sagen natürlich kann man dort auch andere sachen anbieten aber mehr oder weniger es ist ein online shop system und das man jetzt mit den services von amazon prime verknüpfen kann das heißt shopify inhaber können auch amazon prime angebote integrieren weil sich das heißt man seinem amazon account kann man direkt in einem anderen shop der nicht amazon ist mit seinem amazon account direkt was kaufen genau und du kannst dir auch deine prime vorteile halt weiter nutzen dass auch wenn du prime hast kannst du quasi in deinem shopify account wenn das die wenn dieser shopinhaber das integriert hat dort auch mit prime kaufen das heißt von vergünstigten kostenlosen lieferungen profitieren schnelleren lieferungen profitieren ist natürlich sehr positives momentum für shopify insbesondere weil man halt so ein bisschen gerade von der logistik eigentlich getrennt hat und versucht hier mehr auf effizienz zu setzen dell hat quartalszahlen rausgebracht und werden davor die woche ja hp die deutlich deutlich unter den erwartungen lagen da hat man schon ein bisschen kritisch auf dell geschaut dell war jetzt aber sehr positiv der umsatz zwar auch gefallen aber weniger stark gefallen als man es gedacht hat das heißt man hofft hier bald auf die trendwende in diesem pc markt und ja die aktie ist daraufhin um zehn prozent gestiegen ja der pt markt ja nach corona erstmal ziemlich gebeutelt weil in corona wurden sehr viele anschaffungen in dem bereich gemacht werden viele leute zu hause waren plötzlich und das kann man natürlich das war dann wurde letztlich konsum vorweggenommen der danach nicht mehr stattgefunden hat das hat ja auch die chip hersteller ganz schön gebeutelt das heißt gebeutelt also mindestens waren die umsätze geringer intel hat die dividende gekürzt und liegt tiefer von den kursen her bin mal gespannt ob da irgendwann also der boden kommt in dieser branche weil das natürlich sehr spannend ist wenn auch die chip unternehmen als auch die pc unternehmen da wieder anspringen genau alle prognostizieren ja eigentlich eine schwächelnde zukunft aber sie sehen auch so langsam halt wieder licht am horizont so ein bisschen und das ist auch das was man bei dell eigentlich so ein bisschen daraus gelesen hat und hofft das halt wirklich diese trendwende beständig ist obs hat zahlen vorgelegt nach der übernahme der credit swiss gab es da prob wie erwartet eigentlich positiv positive sondergewinne kann man sagen 19 milliarden die man sich hier dazu geboren kann man kann man zumindest gerade so sagen aus der obessicht zumindest aus der sicht gerade wie es sich ja zu konsolidieren scheint scheint es zumindest ganz positiv zu sein für die obs wie sagt hp haben wir schon angesprochen war letzte woche schon draußen aber da sieht man hat wirklich genau diese er diesen diskrepanz zwischen der entwicklung der beiden hersteller die eigentlich doch sehr ähnliches geschäft haben natürlich andere schwerpunkte haben aber da können eine branche sich dann doch wieder unterschiedlich entwickeln wir haben noch ein paar weitere kleinigkeiten auch rubis ganz spannend auch hier ging es nicht um quartalszahlen sondern es ging eigentlich hier um diebstähle da ist es einfach so dass ich gelesen von metallen quasi ja nicht man kann ich sagen geklaut werden sondern eigentlich fehlerhaft direkt geliefert werden also teilweise mindere qualität haben falsch bilanziert werden falsch buchgeführt wird und das ist ganz spannend das zieht sich tatsächlich nicht nur durch rubis als größten kupfer hersteller sondern halt auch durch weitere unternehmen der ganzen branche und ist schon ist schon ein krasses ding weil man nicht so richtig weiß wie man dagegen vorgeht es geht mehr oder weniger darum dass man eigentlich keine möglichkeit hat jede lieferung zu prüfen und jede lieferung ist dem metall durchzugeben man nur so stichproben macht und diese stichproben halt teilweise gefälscht waren und man arbeitet das gerade jetzt so auf aber so richtig eine lösung hat man noch nicht gefunden eine spannende side story dazu ich bin mit meinem sohn auf der autobahn gefahren und hamburg hat ja auch so ein aerobus werk hat man dran vorbei und er sagt man hat mir das erzählt und also es ist selbst in dieser branche in der schule ist das hier in hamburg ein thema dass da also wirklich jemand geschafft hat dass das system auszutricksen und man redet hier von einem schaden von 100 millionen euro also in der größenordnung man dachte erst okay das ist so zweistellig millionen ist eine dreistellig millionen muss man sich mal vorstellen was das für ein riesen bedrucksskandal eigentlich ist in dem bereich und ganz ganz spannender fakt den ich dazu dann gehört habe der mir persönlich gar nicht so bewusst war auch rube ist ja eigentlich bekannt für diese kupfer herstellungsprozesse und bei der herstellung von kupfer fällt gold als nebenprodukt an und dadurch ist auch rubis einer der größten gold produzenten europas auch ganz spannend zu wissen wie das so zustande kommt genau wir gehen noch mal weiter casino haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen heißt bestimmt anders wenn man es französisch ausspricht ich versuche mich gar nicht erst ich sage einfach mal casino hier geht es weiter in richtung insolvenz kann man zu sagen mehr oder weniger wird jetzt schon ja gezeigt dass man einige kuponzahlungen nicht mehr bedienen kann es gibt ja dann immer wieder lösungen verhandlungen auch mit den gläubigern versucht ja gerade irgendwie eine einigung zu finden aber es sieht zumindest nicht sehr gut aus kann man sagen dann gibt es einen börsengang bald von arm britisches chip design unternehmen sollte ursprünglich mal an nvidia verkauft werden entweder wollte die übernehmen dann war es aber tatsächlich so dass das nicht genehmigt wurde arm damals wirklich von der softbank aufgekauft 2016 32 milliarden dollar sollte dann wieder wie gesagt verkauft werden jetzt an die börse gebracht werden erst für 70 milliarden jetzt so für 55 milliarden das heißt man hat so einen kleinen abschlag grundsätzlich aber noch sehr positiv so richtig viel des unternehmens soll auch nicht an die börse gehen sondern nur kleinere teile trotzdem ganz spannend weil es auch ein unternehmen der zukunft ist und insbesondere im smartphone markt auch sehr sehr stark ist und dann hatten wir noch zahlen von orsted windkraft ist ja immer wieder ein thema was wir ja ansprechen was wir auch mal intensiver schon in die unter die lupe genommen haben und ja hier hat man auch probleme lieferketten das zeigt sich jetzt irgendwie durch die gesamtbranche wir haben es schon bei nordex gesehen sie mit siemens energie mit siemens gemeser die probleme haben jetzt auch wie sagt orsted aus dänemark größter offshore windpark entwickler und ja die aktie hat daraufhin auch 21 prozent verloren was ich immer wenn wir windkraft besprechen immer spannend finde es ist an sich eine technologie die wir zukünftig brauchen die auch wo auch sozusagen die kilowattstunde sozusagen oder terawattstunde wahnsinnig günstig hergestellt werden kann also windkraft ist wahnsinnig günstige möglichkeit um energie herzustellen oder herzustellen oder herzustellen sie zu erzeugen so rum und trotzdem gibt es immer wieder probleme bei den unternehmen das machen die sind immer so knapp an der profitabilität oder nicht profitabel ist immer eine riesen material schlacht das ist immer irgendwie kapital intensiv und auch rohstoff intensiv und irgendwie kriegen die unternehmen das alle nicht so richtig hin das ist doch interessant ja ist teures geschäft kann man so sagen wenig marge und der produkt vielleicht brauchen wir noch einen tesla der windpark energie wenn irgendjemand von euch eine idee hat wie man extrem günstig gute windräder herstellt immer gerne genau wir werfen noch einen blick auf unser depot wir haben letzte woche ja zwei titel mit dazu genommen john deere und caterpillar die sieht man ganz oben haben sich danach auch ganz positiv entwickelt muss man sagen ja in summe nähern wir uns jetzt der depot grenze so langsam an wir haben jetzt 81.000 hier investiert von hunderttausend das heißt viel bleibt nicht mehr übrig aber ein bisschen was haben wir noch übrig vielleicht gesagt heute für hapag leute wir werden es da gleich mal angucken die problem fälle bleiben immer die gleichen wir warten auf biontech die könnten jetzt vielleicht wieder profitieren die corona zahlen häufig dieses jahr wir haben ja schon darüber gesprochen dass wieder mehr geimpft werden soll waren ganz positiver schub für die aktie wir sehen die so diesen kleinen wink bergauf ist so ein bisschen die frage wie sich das ganze jetzt wirklich rauskristallisieren wird wenn wir in richtung winter blicken damit starten wir direkt rein und hapag leute ein extrem bekanntes unternehmen als deutsches unternehmen ein extrem altes unternehmen kann man auch sagen 170 jahre alt wir könnten jetzt durch die gesamte unternehmensgeschichte einmal durchgehen wir machen uns aber relativ kurz früher waren es mal zwei räder rein es war einmal hapag und leute aus hamburg und bremen beim namen sind sie nicht kreativ geworden nicht so richtig genau also ich glaube ich müsste ich müsste ich raten jeder einer von euch weiß es vielleicht besser oder die uhr hamburger wissen es besser ist glaube ich hasiatische post aktien gesellschaft sowas in der richtung genau und leute aus bremen zwei unternehmen die eigentlich so der gleichen zeit gegründet wurden um die 1870er jahre damals stark in richtung gegangen dass man von diesem boom in richtung auswanderung in die usa eigentlich profitieren wollte organisiert hat dass regelmäßig transfers dort stattfinden gab es auch immer wieder lose verbünde zwischen den beiden unternehmen dann gab es ihr wisst es massenhaft an kriegen in den searen dazwischen viel kriegswirtschaft beschlagnahmungen und 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 wie gesagt eine sehr spannende geschichte wenn man sich die mal anguckt in summe kann man sagen haben sich die unternehmen irgendwann zusammengeschlossen in den 1950er jahren und das sieht man so ein bisschen genauer wenn wir gleich auf die zeitleiste blicken und ja mittlerweile kann man sagen ein echt großes unternehmen was zuletzt profitiert hat von diesem starken boom in der containerwirtschaft 14.000 mitarbeiter 250 container schiffe im besitz auch mittlerweile wirklich sehr große container schiffe im besitz eine kapazität von 1,8 millionen standard containern die sie auf ihren schiffen unterbringen können also wirklich wahre mengen und ja mit großen schiffen immer durch die weltmeere kreuzen und wie gesagt die unternehmensgeschichte ist sehr lange hier ist nur so ein teil davon so ein bisschen komprimiert also so der richtige ursprung geht sogar auf 1847 zurück bis dann 1970 dieser zusammenschluss gab dann gab es jetzt vor ein paar jahren 2020 dieses 50 jährige bestehen dieser kombinazierten aktiengesellschaft man war auch nicht immer an der börse muss man sagen es war immer mal wieder so ein auf und ab 2002 wurde das ganze unternehmen von der börse genommen von der börse gebracht es gab auch immer wieder jahre in denen man fast insolvent war aber ja wir hatten gesagt letzt zuletzt diese sehr positive konjunktur durch kobe 19 und die hat eigentlich das unternehmen noch mal so richtig nach oben katapultiert das hat dazu geführt dass es so einige sondereffekte gab die ganz gleich mal anschauen und diese sondereffekte haben am ende die aktionäre insbesondere belohnt die ja zu zeiten eingestiegen sind in denen man quasi am boden lag um es hart zu sagen an dem man halt quasi wirklich nicht so die hohen gewinne gemacht hat da gab es halt jetzt wirklich große dividenden ausschüttungen großen gewinne große kursgewinne die man auch verzeichnet hat sehen uns gleich noch mal im chart an und ja wie gesagt mittlerweile eines der größten container ja schifffahrtsgesellschaften die es eigentlich so gibt das sieht man auch so ein bisschen wenn man auf die entwicklung der gesamtlade kapazitäten von diesen schiffen schaut hier ist das noch mal so ein bisschen verbildlich also wenn man 1977 als es den zusammenschluss gab noch wirklich verhältnismäßig kleine container schiffe gab sind die immer immer mehr gewachsen werden immer größer wenn man hier bei uns aus dem fenster blickt dann sieht man das auch wirklich bildlich vor ort was riesige mengen an großen container schiffen mittlerweile gibt und wie gesagt diese millionen kommen natürlich nicht ohne so und ohne grund zustande an containern die man transportieren kann und deutlich wird das ganze auch wirklich noch mal wenn man auf diese entwicklung der preise guckt von diesen container schiffen und woher eigentlich diese sondereffekte kam also über jahre lag man eigentlich auf so einem niveau ja wo wo sich nicht so richtig viel getan hat wo sich auch die konjunktur natürlich irgendwie immer weiter in richtung entwickelt hat dass mehr über schiffe transportiert wird dass immer mehr aus asien kommt dass immer mehr ja auch über den seeweg kommt als einfach der günstigste und effizienteste weg in summe ist dann gab es aber natürlich diesen pandemie boom und plötzlich wurde alles nur noch verschifft und alles nur noch online gekauft und wenig über die traditionellen lieferketten abgedeckt die vielleicht auch so im binnenverkehr stattgefunden haben und das hat dazu geführt hat dass diese container preise extrem explodiert sind also wenn wir hier mal diese 10.000 als als grenze nimmt die hier oben lagen dann ist man sonst immer die jahre so in der mitte bei anderthalb würde ich mal jetzt ungefähr sagen hätte man ungefähr gelesen also fast verzehnfacht und das werden wir auch in den gewinnen von von harper gleich sehen die haben sich in den von 2020 oder 2019 an verzehnfacht bis zum jahre 2022 und eine verzehnfachung des gewinnes ist natürlich schon eine ganze menge auf auf mehrere milliarden wenn man ursprünglich plötzlich bei ein paar millionen war oder paar hundert millionen und diese preisaufschläge hat man ja eigentlich durchsetzen können ohne dass man wirklich selber einen wirklichen mehr aufwand hatte man hatte vielleicht ein bisschen längere liegezeiten weil es dann noch diese staus in den großen helfen gab kennen die bilder auch aus beijing und so aber so richtig mehr aufwand hatte man nicht man konnte einfach nur viel 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 höhere preise verlangen das sieht man hier wirklich noch mal also das ist noch mal wirklich die hafenüberlastung von den kantenerschiffen im hafen und vor anker 32 prozent quasi war die kapazität vorher und sie ist dann nach kovid deutlich deutlich angestiegen und das sieht man tatsächlich noch ein bisschen deutlicher in diesem bild hier es sind immer so schwankungen weil es immer wirtschaftlichen zyklus am ende hängt grundsätzlich was wir aber sehen da hatten wir eigentlich immer so eine wachstumsraten von vier drei fünf prozent in der gesamtflotte und das ist dann deutlich angestiegen auf acht und neun prozent jetzt 2023 und 2024 weil man sich doch doch quasi darauf einstellt dass das langfristig mehr wird und dass man nicht wieder in so einen engpass kommt und eigentlich wieder vermeiden will dass man diese lieferengpässe kommt aktuell erholt sich ja so ein bisschen und wir haben eigentlich wenig branchen in denen es noch diese extremen lieferengpässe gibt aber wir sehen halt auch dass man erwartet dass das wachstum der container hier auch wieder zunimmt und dementsprechend auch ja diese überkapazitäten in der zukunftspotenzial gebraucht werden und man vielleicht nicht mehr auf diese extrem hohen volumina oder extrem hohen preise auch kommt wie in den jahren zuvor aber sich dem zumindest so ein bisschen annähert und das ganze dann auch besser abfangen kann wenn man nämlich auf das jahr 20 22 zu 20 23 guckt dann sieht man dass man wirklich 22 22 23 ein ganzes stück unterhalb von den volumina von 20 23 liegt als 20 22 liegt aber wir sehen halt auch dass man sich trotzdem in einem ähnlichen zyklus befindet also es gibt immer wieder diesen abschlag aber so extrem wie er teilweise halt in den preisen sich wiedergefunden hat so ist er eigentlich gar nicht im gesamtvolumen abzubilden und das sieht man halt an an diesen kurven ganz deutlich und dann mit auch wohin die zukunft ansteigt er sich bewegt was man immer gut sehen kann und das ist auch ein grund dafür ist dass man natürlich extrem breit aufgestellt ist es gab jetzt hier keine veränderung von 20 21 zu 20 22 aber man sieht halt dadurch dass so viele verschiedene güter auf diesen schiffen transportiert werden dass am ende irgendeine gütergruppe immer stärker nachgefragt wird und dementsprechend auch langfristig natürlich darüber mehr kapazitäten abgebildet werden müssen das nochmal kurz hier zum abschluss und was hier ganz spannend ist wenn man nämlich auf hapac leute guckt dann und auf die aktien guckte die wir handeln können dann guckt man auf diese 3,6 prozent die hier oben stehen der rest ist nämlich in anderer form von großen institutionellen investoren abgebildet wir sehen hier kühn und nagel mit 30 prozent dann haben wir ja die container gmbh holding wir haben die hamburg als gesellschaft für vermögens und bildungsmanagement und hier sehen wir halt die ganzen arabischen fonds oder auch unternehmen die sich eingekauft haben wir hatten ja auch so ein bisschen so eine verknüpfung der von hapac und großen redereien aus den vereinigen arabischen emiraten wir sehen aber hier dass es halt viele große gesellschaften gibt oder institutionen die in großen anteil an diesen schiffen haben 3,6 prozent der aktien sind nur im free float genau also die müssen wir uns quasi alle kloppen wenn es darum geht wenn die allen dann zumindest ihre anteile halten würden und ja da sieht man halt dass es schon sehr viel großes interesse natürlich an diesen wenigen großen container schifffahrts gesellschaften gibt die haben sich in den letzten jahren sehr stark konsolidiert es gibt eigentlich nur fünf bis sechs große redereien da runter sehr stark die asiatischen die den markt dominieren wenige größere aus europa muss sagen hapac ist jetzt auch hier nicht unter den top redereien sondern eher ein bisschen weiter hinten wir haben maers ganz oben cisco ganz oben und ja da gibt es natürlich schon großes interesse auch irgendwie sich ihre seine lieferketten da so ein bisschen zu sichern und auch so gewisse anteile an der beständigkeit dieser lieferketten zu sichern das sind natürlich auch so ein bisschen makroökonomische themen wieder mitspielen wir werfen einen blick auf den snapshot und da wird vieles noch ein bisschen deutlicher der sieht nämlich gar nicht mal so cool aus wenn man eigentlich so auf diesen snapshot an sich blickt denn wir sehen minus 50 prozent umsatzwachstum minus 77 prozent gewinnwachstum minus 90 prozent cashflow also alles zahlen die nach unten blicken und das sieht natürlich an dieser extremen sonderkonjunktur die wir gesehen haben und das ist auch so ein bisschen der grund warum wir trotz dessen noch so ein kgv von drei haben wenn wir auf zumindest die letzten guten quartale noch zurückblicken es ebbt ab aber wir sind trotzdem eigentlich auf einem sehr hohen niveau noch also wenn man zumindest auf die quartale von 2019 blickt haben wir immer noch ein deutlich positiveres momentum wir sind wenn man auf 2019 blickt immer noch 39 prozent über dem damaligen volumen das heißt diese beständigkeit die wir gerade eben gesehen hat die trägt sich auch ein bisschen weiter sie zeigt sich aber halt nur nicht in diesen extrem guten jahren oder quartalen die hinter uns liegen 20 22 und 21 vergleichen sich hier mit sehr starken quartalen trotzdem muss man ja sagen das unternehmen eine große marke von 30 prozent bis eine profil marke von 23 prozent ist also grundsätzlich ein sehr fundamental gut aufgestelltes unternehmen zumindest in der be genau genau und halt auch eins was jetzt so ein bisschen profitieren konnte natürlich durch durch die guten jahre was wir oben sehen ist ja so eine extrem starke diskrepanz aus dem orangenen chart der mit dividende quasi einmal abgebildet ist unter dem blauen kurschart und da sehen wir dass es hier diese extrem hohe sonderdividende gab und die sehen wir auch hier unten 33,6 prozent ist kein fehler sondern wirklich eine sonderdividende die gezahlt wurde womit quasi auch die aktionäre am ende profitieren durch die mitarbeiter haben auch sehr stark profitiert also mitarbeiter wurden auch gut von bonuszahlungen aber auch die aktionäre man sieht halt dass das unternehmen wirklich einen sondereffekt hatte den es so ein bisschen dadurch auch abgebildet hat dass man diese große sonderdividende ausgeschüttet hat aber natürlich verbleibt ein großteil dieses profit ist auch im unternehmen man investiert man hat mehr kapazitäten aufgebaut dadurch kommt auch diese positive bilanz zu 2019 zustande und ja der kurs ist nicht mehr auf den höchsten niveaus und das wird noch ein bisschen deutlicher wenn wir gleich noch mal kurz hier rüber schwenken und das hapag leute einmal ansehen dann sehen wir nämlich dass wir natürlich nicht mehr auf den niveaus sind wie wir sie vorher gesehen haben also wenn es hier auf 470 teilweise blickt blickt wenn man die extreme vielleicht raus nimmt er so bei 370 ist sondern wir sind deutlich zurückgekommen auf 188 liegt zum teil daran dass man hier diese extreme sonderdividende gezahlt hat wir sehen es hier die fügt sich ganz gut mit dem kurs der abrutsch der hier zu sehen war also die angekündigt wurde also an 35 dollar euro hier einmal glaube ich in 6 63 das richtig genau genau das hat sie genau sieht man es wie man es hier wirklich ziemlich runter schnellt als diese dividende dann auch wirklich gezahlt wurde wir sehen aber auch ganz gut dass das das unternehmen hier wirklich auf dem gleitenden durchschnitt gerade auf liegt und da auch so ein bisschen kämpft kann man quasi sagen und zumindest rein charttechnisch gesehen und vielleicht auch so ein bisschen von dem was man fundamental sieht also ein bisschen gerade in den bogen bildet und hat die frage ist ist das jetzt langfristig so haltbar also hier ist ja noch ein ziemlich bedeutsamer widerstand der hier in diesem niveau liegt wenn man so hier drauf blickt da ist ein gleitender durchschnitt der oben liegt und bis zum widerstand hier auf der oberseite ist natürlich noch ein bisschen was an platz also eine unterstützung ist deutlich da ein widerstand ist noch ein bisschen entfernt und ja in summe kann man eigentlich sagen dass rein charttechnisch gesehen sich zumindest mal eine chance ausbildet wenn man aber ein bisschen weiter zurückblickt dann sieht man natürlich von welchen niveaus man von 2019 gekommen ist und man sieht halt ganz deutlich dass wir trotzdem uns verhältnismäßig auf hohen kursbewertungen noch befinden und eigentlich aus so einem positiven trendkanal wenn man den jetzt hier einzeichnen würde ausgebrochen ist aber wir haben halt eine chart bild mit extrem vielen sondereffekten muss man sagen konjunkturellen sondereffekten dividenden als deutliche sondereffekte und deutlich wird das auch noch mal wenn man auf die auf diese umsatz und gewinnentwicklungen schaut die die bei uns öfter in den investmentwerk standen sind die kennen dieses bild das nutzen wir dort öfter um einfach einen vergleich zu ziehen aber ich kann sie für auch mal für den market run top ganz spannend weil man halt sieht okay wir hatten jahre in denen man mit dem gewinn gekämpft hat man ist immer so ein bisschen drüber gekommen dann lag man mal drunter also wirklich keine guten jahre eigentlich für das unternehmen und dann gab es halt diesen extremen effekt hier nach oben ich habe es angesprochen verzehnfachung des gewinns wir sind auf 9 milliarden hoch auf dann auf 19 milliarden hoch jetzt geht es natürlich wieder bergab wenn man auf die quartale schaut der umsatz hat sich aber immer relativ positiv entwickelt aber auch hier sieht man natürlich einen extremen effekt also es ist ein sondereffekt aber einer der sich im unternehmen auch so ein bisschen gefestigt hat wenn man zumindest auf die aktuellen zahlen blickt ist so ein bisschen die frage wo geht denn die zukunft hin und das ist auch so ein bisschen das was man in unserer pro und contra liste eigentlich sehen kann wir haben 160 170 jahre unternehmensentwicklung immer wieder aufs und abs von kriegen von zusammenschlüssen von konsolidierungsphasen immer wieder sonderkonjunkturphasen die natürlich jetzt extrem waren mit der kurven 19 pandemie es gab immer wieder übernahmen das war so das große bild quasi der unternehmen und auf der kontraseite sieht man aber halt die starke abhängigkeit vom internationalen handel der grundsätzlich natürlich weiter wächst aber wir sehen auch gerade mal tendenzen dazu dass es auch mehr wieder hin zum protektionismus schwenkt das heißt das unternehmen oder auch die ganze länder ein bisschen wieder die lieferketten zu sich holen möchten das heißt glaube ich nicht dass es keinen globalen handeln mehr geben wird aber das natürlich so ein bisschen auch darauf geachtet wird das vielleicht nicht ganz so viel abhängigkeit aus bestimmten ländern besteht es ist kostenintensiv schiffe zu bauen man muss in die zukunft blicken man muss sie ordern an wir ähnliches auch bei den kreuzfahrtschiffen hier ist es eigentlich ganz ähnlich bei den containerschiffen weil man halt auch da in die zukunft blicken muss und so ein bisschen die zukünftigen entwicklungen abschätzen muss die orderbücher sind aber voll und was wir halt auch sehen ist dass wir den großteil wirklich in der hand von institutionellen investoren haben und dementsprechend auch so ein bisschen ja ein kleiner spiel bei kann man sagen dieser sind und auch der interessensgruppen die dort vertreten sind ja was ich ganz spannend ist zusätzlich noch ist natürlich war zu diese gezielt also die dividendenrendite der zukunft bis zum projizieren die frage ist natürlich welche ausstellungen geplant sind auch in den nächsten jahren das glaube ich für eine entscheidung für so dass man auch mal ganz spannend dass man kommt okay wo wird denn die wirkliche dividendenrendite liegen ich schätze mal sie wird nicht so hoch sein die war vielleicht in der vergangenheit auch immer ich hätte mal das habe ich leute auch noch keine lange dividendenhistorie hat weil wir haben ja gesehen der graf war immer so um die waren zeitlang auch nicht an der börse notiert also das ist so ein bisschen undurchsichtig natürlich muss man sehen das vorkommen recht genau genau wir starten einmal die umfrage wie gesagt ihr kennt auch diese guten branchen prognosen die wir öfter mal rausholen da spricht man zumindest von so fünf prozent wachstum wir sehen aber hier sind so die großen player hapac ist nicht mit dabei also wir sind ein bisschen hinter den großen top 5 kann man sagen und das sind halt insbesondere die asiatischen oder auch also die traditionellen großen räder rein die in den letzten jahren sich konsolidiert haben ihr dürft gerne schon mal abstimmen wir blicken noch kurz in die nächste woche oder diese woche was noch mal ansteht es appt ab kann man sagen aber wir haben auch so ein paar ganz spannende unternehmen insbesondere wenn wir in die technologie branche blicken wir haben asana wir haben git lab wir haben c3 ai so ein bisschen ja das unternehmen was immer wieder stark im fokus stand in der letzten zeit auch unter künstlicher intelligenz aber eigentlich rein fundamental gesehen immer jahre die schwierigkeiten auch hinter sich hatte ui pass wir haben corn name docusign auch unternehmen was natürlich sehr stark von der pandemie profitiert hat also digitales unterschreiben ist eigentlich mehr oder weniger das so der hauptzweck des unternehmens und wir schließen mit einzelhandel quasi ab noch mal ganz traditionell mit kroger wie gesagt diese woche steht iaa an als großes ereignis aber wir haben natürlich auch so die klassiker entwicklung der einkaufsmanager indizes insbesondere in der eurozone auch in den usa steht im fokus nicht viel veränderung im fokus im fokus wir haben aber dieses das beige book was quasi wieder kommt was ja auch immer wieder ganz spannend ist weil es gerade ein blick auf die aktuelle konjunktur wirft und wir werfen einen blick auf die inflationsrate in deutschland noch mal donnerstag machen wir einen blick auf nvidia unserem aktien roundup gucken uns noch mal an wie ist die aktie gerade gelaufen bewerten so ein bisschen wie ist gerade die einstiegslage und wir werfen einen blick auf baumaschinen und bauindustrie einen letzten konkreteren blick erstmal in unserer investment werkstatt auch am donnerstag entscheiden was verkaufen ins depot genau ich komme gerade auf die abstimmung es ist gerade noch ziemlich ja undurchsichtig was haarpack betrifft ich lasse es noch mal ein bisschen offen ihr dürft noch mal abschließend abstimmen euch entscheiden wir sind fast 50 50 kann man sagen mal gucken wie sich das ganze nicht so leichter sehr 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 krass durch diesen corona effekt natürlich beeinflusst ja müssen wir uns vielleicht auch noch mal intensiver angucken danke christoph ich freue mich du hast jetzt urlaub habe ich gehört aber noch nicht diese noch nicht die nächsten tage machen das ja noch alles fertig was hier steht aber nächstes mal was urlaub dann sehen wir uns in diesem format zumindest dann wieder nach dem urlaub machen bis dahin tschüss wstern tsch